Am 5. Januar 2022 traf die renommierte Tourneegruppe Xinyun Performing Arts aus New York in Deutschland ein, das erste Mal nach dem Ausbruch der Pandemie. Die letzte Europa-Tournee musste 2020 vorzeitig abgebrochen werden. Die Gruppe wurde von begeisterten Fans empfangen. Hier am Frankfurter Flughafen warteten heute Morgen bereits zahlreiche Fans auf die Ankunft der Xinyun-Künstler, die ihre Europa-Tournee 2022 gleich nach Neujahr in Köln starten werden. In Amerika sind ihre Shows meist ausverkauft. Klassischer chinesischer Tanz, ein Live-Orchester und die traditionelle chinesische Kultur ließ auch begeisterte Fans bei der Ankunft in der Flughafenhalle applaudieren und Welcome Xinyun und I Love Xinyun war zu hören. Die Dirigentin des Xinyun-Orchester, Li Xuan, kommt aus Deutschland und hat in Europa klassische Musik studiert. Die Besonderheit des Xinyun-Orchesters besteht darin, dass es traditionelle westliche Instrumente mit klassischen chinesischen Instrumenten kombiniert. Das westliche Orchester wird mit chinesischen Melodien ergänzt, sodass die Musik voller klingt und es die Besonderheiten der chinesischen Musik hervorhebt. Sie sprach über die Bedeutung, die die traditionelle chinesische Kultur der Heilkraft der Musik beimisst. Die Chinesen sagen, dass die fünf Klänge den fünf Elementen entsprechen und die fünf Elemente den fünf Organen. Die Musik von Xinyun und die Aufführung entführen das Publikum in eine andere Welt, eine reine und schöne Welt. Xinyun bringt die 5000 Jahre alte chinesische, göttlich inspirierte Kultur nach Europa zurück und präsentiert universelle Werte wie Schönheit, Barmherzigkeit und Loyalität auf der europäischen Bühne, damit die ganze Welt die echte traditionelle chinesische Kultur erleben kann, die später vom Kommunismus zerstört wurde. Es gibt einen ganz besonderen Teil des klassischen chinesischen Tanzes, den Körperrhythmus, weshalb sie eine so reiche Ausdrucksfähigkeit besitzen. Die Tänzerinnen und Tänzer seien sich ihres persönlichen Trainings sehr bewusst, sagte Angela Lin, und streben danach, sich zu perfektionieren. Das Publikum kann anhand verschiedener Handlungen deutlich erkennen, wie moralisch und ethisch ein Tänzer oder Tänzerin ist. Deshalb stellen die Tänzer an sich selbst die Anforderung, ein guter Mensch zu sein. Zahlreiche Fans und Kulturliebhaber mussten wegen der Pandemie warten und waren nun begeistert, dass Xinyun wieder in Europa auftreten wird. Mein Sohn und ich sind sehr glücklich, dass Xinyun nach Europa kommt. Er sieht es sich an, seit er sechs Jahre alt ist. Nachdem ich Xinyun gesehen habe, fühle ich mich stolz, Chinese zu sein. Xinyun ist ein Geschenk. Es gibt uns Hoffnung und Inspiration. Wenn wir im Theater sitzen und der Vorhang geht auf, dann baden wir in der Schönheit von Xinyun. NTD ist offizieller Werbepartner von Xinyun. NTD ist offizieller Werbepartner von Xinyun. K Cle contributing an. Boaher ist der VorbeSí.